Hallo Leute, heute mal der Yeret am Start, nicht der Kai, mit dem Jan. Hallo. Hallo. Wir spielen heute eine Runde Resident Evil und ja, ich würde sagen, wir beginnen einfach mal. Alles klar. Alles klar. Äh, tägliche Missionen, schön. Ja. Dieser Charakter kann nicht eingesetzt werden. Jan, meine Stufe ist zu niedrig. Was? Meine Stufe ist zu niedrig. Oh nein, dann müssen wir eine normale Mission machen. Ja, wissen wir. Ja, crazy, dann mache ich mal die mit den wenigsten Abzeichen. Schön, schön. Ich würde gerne mal wissen, was die ganzen Abzeichen sind, dann könnte man es einfach absichtlich machen. Ja. Ja, ich gucke mal nach dem Spiel, also nach dieser Runde, gucke ich mal nach, wie man die überbringt. Genau. Weil dann könnte man es einfach absichtlich machen. Wir schiefen uns. Das kennen wir doch, glaube ich, schon, oder? Ja, ja, das ist das, wo wir am wenigsten Abzeichen gemacht haben. So. Alles klar. Gesamter Zeitraum. Aber das müssen wir jetzt ja eigentlich easy alles wegrasieren. Mit unseren krassen Waffen. Ich glaube... Okay, das geht jetzt jetzt ziemlich easy. Ich dachte eben, der eine würde auch wieder aufstehen. Aber, äh, ne, der war einfach nur scheiße. Er steht nicht mehr auf. Er steht ja relativ oft wieder auf. Die wollen hier weismachen, sie wären tot, aber sind es einfach nicht. Ah. Ja. Noobs. Noobski. Noobski. Ja, hier reißt einfach ein, ein Schott ganz schön aus. Ich ähm gerade wie so der letzte Stein. Ich weiß nicht, ob ich so ein letzter Stein. Hier gibt es zwei, äh, hier gibt es zwei Schlösser. Vorher bin ich mal das, wie er, äh, das ist gerade mehr, wie er. Hans, was? Was, was? Was, was, was? Ich hab gesagt, wir hier sind zwei Schlösser und ich hab jetzt gesagt, wir nehmen das. Und jetzt haben wir das Schloss genommen. Ganz coole Menschen. Ich glaub, eine Challenge ist kein Schaden zu kriegen, wo man für die Schacht. Äh, es sollte nicht der Geroe das größte Problem sein. Obwohl er aber verfeldert und so wie von den Mann. Die, äh, sind übrigens für jeden alleine. Die, ähm, Abzeichen. Ja, ich weiß, deswegen. Also ich hab mich jetzt noch kein Verhandlung. Vielleicht gibt es auch Abzeichen, die zusammengehen, aber vielleicht auch nicht. Jetzt bestimmt so Co-op abreichen. Ähm, ähm. Ähm, ähm, ähm. Ah, hier draußen ist ein Hund. Wow, Nasenbär. Es ist ein Hund. Es ist ein Nasenbär. Es ist ein Nasenbär mit einem abgeschlossenen, äh, abgeschlagenen Rüssel. Ich google das vielleicht. Mich, mich klagt das gerade echt. Ja, das ist, äh, die Resident Evil Frage überhaupt. Aber, was googelt man denn mal? Äh, äh, Du suchst einfach nach Resident Evil Vicky oder so. Ah, wahrscheinlich gibt's sowas. Gibt von alles in Vicky. Ja, deswegen sag ich das ja. Oh, lol. Nein, nicht, nicht. Jetzt hab ich Schaden genommen, glaube ich. Die, die explodieren auch so, Jan. Du kannst gar nichts gegen machen. Jetzt hab ich wirklich Schaden genommen. Ach, glaub ich dir. Du bist ja auch hingefallen. Ja, ich hab jetzt Hefte Leben. Alter, ich sterbe gleich. Nimm, nimm ein Kräuterchen. Hab ich schon. Aber dafür, dafür kriegt man, glaube ich, wirklich Funkdobzug. Warte mal. Ja, wir gegenwattieren nochmal. Alles klar. Ja, keine Kräuter benutzen ist einer von den Erfolgen, den ich sogar noch kenne. Kann man, äh, nein, kann man nicht. Ah, nein. Noch ein Kräuter benutzt. Du musst die Kräuter, bevor du, genau, lieber bevor du stirbst. Hä, wo geht's denn da lang? Ach, wir haben schon einen Schuss. Oh, wir haben einen Schuss. Oh, ja. Ist wichtig, nicht richtig. Na gut, man kann sie auch zerschlagen, das gehen an. So sie zerschossen, natürlich unnötige Munitionverständnungen. Vor allem mit deines Schacht modульm Dodd. naja, ne mit einer Revolver, das ist schon mal was ganz anderes, das ist ja gar keine Militärungsverschwendung, hast ja nur 12 Schuss. Ah, ich meinte AK. Da ist der 3,5 Milliarden. Was das? Gibt's hier sonst nichts in dem Raum? Nasenbär. Ich würde sagen, jeder Raum schaltet irgendwie eine neue Welle frei, kann das sein? Ne. Ja, doch. Ja, das ist wieder ein Nasenbär. Ja, war direkt vor mir. Nein, die Münze. Erstmal Roundhouse-Kick. Meine Münze. Meine Münze. Ey, was, ich wurde wohl nur vom Nasenbär angetackelt. Oh, weil du die Münze genommen hast, du. Jetzt mal Stufe 20, jetzt kannst du dann, können wir die Daily machen. Ja, ich bin Stufe 21. Ja, ich bin Stufe 21. Cool. Warum auch immer du höher bist, jetzt ich. Obwohl ich letztens noch ein paar mit Lasse gespielt habe. Tja. Ja, hast wahrscheinlich mal mehr Abzeichen gemacht oder so. Ich bin halt noch der Finger, du. Ey, ist mir schon... Oh, du hast aber ne Waffe bekommen. Ich bekomme in letzter Zeit überhaupt keine Waffen mehr. Ach, ich habe immer so viele Waffen. Ich muss halt schon so viele Waffen zerstören und wegschmeißen. du machst du statt ja aber das hat nicht so wir haben nicht miteinander zu tun ich glaube ich sogar letztes gesehen ich glaube sie mit frechiger fels ja ja ich ja nur Leute bis gerade müssen gebackt hahaha machen wir die selber noch mal wo war der Jan punkte fahren alles klar haben wir nicht keine Punkte abzeichen meine ich auf die Entfernung geht wollen wir eine andere kurz machen das können wir auch machen gehen wir kurz eine andere ich schneide das einfach gleich nachher raus aufgeben ja aufgeben ja es liegt daran dass wir zu schlecht waren ja ich schneide das nachher raus alles klar aber wir jetzt noch ganz lange über Nasenbären geredet haben ok ach du kacke so lass mal loslegen ja ich leg schon los Hauptmission wir haben übrigens kein abzeichen dazugekriegt ja scheiße für scheiße so starten los geht's aua weißt du wenn du einfach zu wenig gold für die nächste mission hast irgendwas hast du dann falsch gemacht du hast eigentlich gefühlt immer gold also ja vielleicht wenn man stirbt oder so ne dann verbrauchst du ja diese punkte da ja aber vielleicht kann man sich die herzen da durch ähm gold kaufen keine ahnung ja weiß ich nicht wir sterben ja nie man das ist einfach so so mein ww instinkt ich sag einfach zu geld jetzt immer gold heißt hier nicht gold heißt das nicht gold ne ich glaub das ist einfach irgendwie irgendeine währung ach dieses rennen hier ne ist ist äh ist kritisch ist kritisch ey geh weg du Hurensohn warte mal explodiert der nicht sofort ach so aah der explodiert nicht sofort ok explodiert wenn du entweder zu nah dran gehst oder du ihn tötest es ist ja genau leert hast du war dieser dieser kleine sprint nach vorne ja ich habe extra noch so ein krassen backstep gemacht der mir bestimmt richtig viel gebracht hat ich habe eine wache lieb aber reichschlüsse fehlt haha ja wir haben ihn ja aber wir haben wahrscheinlich aber ich äh schätze 100 zu 100 prozent das mein ernst ähm das ein ähm Erfolg ist dass man alle Zombies alle Zombies tötet das heißt das sollten sie vielleicht ist hier so scheiße sonst wäre ich hätte ich da schon so bei mir bist du irgendwie fünf Sekunden später zurückgeflogen als das ding explodiert ist ich gebe mir gönn dir mal kurz mal kräuter ja bisschen bisschen mojo mich schön mojo ohne mojo läuft ja gar nichts das ist einfach so ein mini zombie geil der ist richtig schnell so ein mini zombie ist uns das immer richtig abgefuckt vor allen dingen sieht das einfach aus wie das normale zombie character model nur deine da immer diese musik ne du 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 hab ich aus die hat das ist ja dieser ah wie soll man es nennen ja cool mach ihn tot bevor ich da bin ja sogar mit meiner AK jungen Präzision pur guck ich glaub das ist auch ein kleinerer ne der gerade war naja das war ein kleinerer haaa man hört mir die Tastatur nicht ein zu sehr ich hab das ja nicht nachladen muss hm ich hab gesagt ich hoffe man hört meine Tastatur nicht ein zu sehr oh geht glaub ich mal äh die Schüsse sind glaub ich lauter das ist gut etwa wenigstens etwas das lauter ist als meine Tastatur ein Gewehrschuss das ist ja auch schon so das einzigste weißt du naja warte 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 aber wir haben ähm ja Teile noch ein Teil noch ein Teil ich hab zwei Sturmgewehre bekommen ich hab irgendwas hier zwei auf Silber ja oh 5% Batterie da ist wahrscheinlich nicht toll sooo ja ich weiß halt gar nicht wie viel wir brauchen beziehungsweise ob jeder einzeln seine Punkte braucht um in das nächste Level gehen zu können äh wahrscheinlich steht dann sowas wie äh du darfst noch nicht wie bei der Daily auch okay dokey machen wir mal äh das hier empfohlen eine Stufe 7 das äh wird sehr spaßig ja hast du ein paar Teile beurteilt oh man so ein Teiltester weißt du ah alles klar Mission abgeschlossen Mission abgeschlossen schön äh Heretau mal kurz News der Woche raus was gibt's Neues ich brauch für morgen Politik mach ich gleich äh gar nix eigentlich alles klar ich stell mich da morgen an die Tat zu und sag in der Welt von Resident Evil ist wieder ein Gehege voller Nasenbär-Zombies entflohen ja das wär ich werd mich morgen da hinstellen und das werd ich berichten ja ich weiß ich werd sagen dass Nasenbär-Zombies entflohen sind ja das ähm wir machen eine kurze Pause also Pause 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 않는